Dirty Dancing ist klar, wie der Name schon sagt, auf jeden Fall tanzbar. Es hat etwas sehr hymnhafte, durch den Song geschrieben. Es hat so angefangen, dass wir einen geilen Beat kreiert haben und wir alle zusammen getanzet haben. Ich denke, Dirty Dancing ist eine wirklich lustige Song. Es ist die Chance, die Leben nicht so ernst zu nehmen. Musisch, ich würde sagen, Dirty Dancing ist ein midtempo Song mit einem latin-influenz, insofern wie die vibe und die grove geht. Aber ich würde eher sagen, es ist ein sexy Song, das ist auflifting, das machte dich aus der Seine und dann und fühle dich gut. Writing das Song war wirklich, wirklich gut. Wir hatten viel Spaß und die Energie in der Studio war fantastisch. Ich habe mich mega, mega gefreut, dass die News zu mir kam, dass Dirty Dancing und ich an der ESC gehen konnte und alles gewählt wurde. Es hat alles angefangen mit einem harmlosen Visagamp, sagen wir mal. Schöner Atmosphäre. Mega cool gewesen, wir waren viele Leute, haben zusammen geschrieben und dann haben wir die Songs eingereicht. So, Dirty Dancing was written by John Hallgren, Fraser Mack und Luca Henne, of course, the artist. So, of course, we know Luca is a very talented artist, with a great voice, and not only can he sing, but he can also move. And that's part of the reason why we went in the direction of a dancing song, as well. Fraser Mack is a really talented Canadian songwriter. He's a good friend of mine, as well. So, when we write together, we have a lot of fun in the room. And John Hallgren, the producer, and also his son, Lucas, is co-producer of this song. They're a Swedish production team, and they're so crazy talented. Also, wir sind da so eine Gruppe zusammengestellt worden. Wir haben es vorher nicht gekannt. Das hat aber sofort gefunkt. Das muss ja auch nicht, oder? Aber bei uns hat es funktioniert. Und die Stimmung ist einfach genial gewesen. Und wir haben irgendwie bis am Abend... Bis wann haben wir... Wir sind sicher bis um halb zwei Uhr nachts an diesem Song gewesen. Das war natürlich noch lange nicht fertig, aber dann haben wir einfach mal die ersten Melodien und die ersten Textzeilen gehabt. Und es war einfach unbeschwer, unbeschwer zu arbeiten. Wir alle kennen den Film Dirty Dancing. Aber es ist eine andere Rolle. So, ich denke, gute Songs sind Songs, die ein Konzept, das wir alle kennen und zu beraten können. Und einen kleinen Twist darauf legen. Wir wussten, dass wir eine Party-Song machen wollten. Und ich hatte diese latin-Beat, die alle liebte. So, wir fuhren von da. Und wir haben darüber gesprochen, wie das in einer Geschichte könnte. Und so, die Song ist eigentlich über eine Frau, die in eine room, oder eine Club, oder woher sie ist. Und sie interessiert, was die Leute denken. Und sie ist einfach so, wie sie wollen. So viel so, dass es ihm Dirty Dancing macht. Es macht alle Dirty Dancing und Spaß macht. So, das ist eigentlich was das Konzept ist. Die Message von der Song ist, glaube ich, dass es eine Person braucht, und die Party von Boring zu Awesome ist. Und ich denke, die Message wäre, einfach zu gehen und sein und sein, und sein und sein und dich. Als ich zurückgekommen bin, eine von den wichtigsten Sachen, die ich denke war, ist die Gitarre. Es gibt die Song eine melancholische Vibe. Und dann wird die Song zu etwas mehr glückliches und energetisches. Und ich mag das wirklich. Und Luca, seine Stimme ist so großartig an dieser Song, muss ich sagen. Ich freue mich mega auf diese Reise. Und es wird, ich muss sagen, es wird einfach die grösste Show, die ich jemals gemacht habe. Am meisten Aufwand. Am grössten, am krassesten. Und ich bin schon aufgeregt. Und Bob wird einfach das Beste abliefern, das man je gesehen hat. Das ist natürlich mein Plan. Und da arbeiten wir dran. Ich bin so glücklich. Es ist Luca. Er ist ein Artist. Wir haben ihn mit ihm geimpft. Aber er ist totalen, das Song. Es ist so ihm. Und ich weiß, dass er eine fantastische Leistung ist. Er ist so ein Performer. Ich kann es glauben. Es ist verrückt. Es ist verrückt. Being ein Teil von Eurovision ist, natürlich großartig. Und wenn man denkt an den Tag, und wenn wir die Song geschrieben haben, in der Raum, in der Studio, und es wird jetzt hören, von Millionen von Menschen und gesehen, von Millionen von Menschen. Es macht dich glücklich.